Bildung und Fortschritt Erlebnisse und Gedanken der Papette Fröschl, ehemals Dienstmädchen, später Pulverfabriksbeamtin, zurzeit arbeitslos, mitgeteilt aus ihrem Briefwechsel. Liebe Mari, dass du noch in eurem gescherten Orte sitzen magst, wundert mich schon. Aber vielleicht wirst du auch noch gescheit und machst deinen Bauern nicht mehr für einen Pfifferling den Trampel. Ich hätte schon andere Stellen bekommen, das kann ich dir sagen. Sogar bei einem Viehhändler und Einkaufbeamten, wo jetzt die höchsten Beamten sind und im Monat mehr haben wie ein Präsident im Jahr. Aber Schnecken, wann ich dumm bin. Eine Stelle kann man jetzt immer haben, das kann ich dir sagen, wenn man mag. Mir verlaubt es aber mein Karin nicht. Der, wo ich dir schon geschrieben habe, dass wir in der Pulverfabrik in Dachau waren und der war Aufseher und hernach ist der Adunant gewesen vom Stadtkommandant. Und hernach ist er zweiter Polizeipräsident geworden. Und jetzt ist er Arbeitsloser. Neben seiner Pension für Arbeitslosigkeit betreibt er außerdem einen Schleichhandel. Und dadurch, dass ich vom Lande war und bei Erding zu Hause war, von den Gescherten holen wir alle Hand. Leider, dass diese Rammeln jetzt auch schon höll auf der Platte sind und der Kari ärgert sich oft drüber. Ich habe dir aber schreien wollen, damit, dass du in die Stadt kommst. Denn mit dem Schleichhandel kannst du dir viel verdienen. Und wenn du nicht gleich einen Schatz findest, kann ich dir schon einen besorgen. Du glaubst nicht, wie es jetzt lustig ist. Und viel lustiger als zuvor, wo man als Dünzbote geknechtet war. Der Kari sagt oft, es reiht ihn jede Stunde, wo er was gearbeitet hat. Und es war gewiss nicht viel. Aber es reiht ihn doch. Mich reiht es ebenfalls. Ich gehe jeden Tag um vier Uhr in ein Kino. Liebe Mari, früher in der Zeit, wo wir alle unterdrückt waren und geschlafen von dem Kapitalismus und wie ich zuerst ein Dünzbote war, da hätte man gar nichts davon gehabt, bald man sich einen freien Nachmittag herausgeschwindelt hat. Außer, dass man ins Wirtshaus gegangen ist. Da hat man seinen Schatz viel Bier und Essen zahlen müssen. Da hat man schon gar keine Freude dazu gehabt zum Blaumachen. Und ich habe sogar lieber Garbeit aus Verdruss. Aber jetzt ist es ganz anders. Liebe Mari, dadurch, dass man das Kino hat, ist erst die Arbeitslosigkeit schöner geworden und angenehmer. Und bald man lang im Bett liegen bleibt und am Nachmittag ins Kino geht, ist es ein herrliches Leben, wie man es früher nicht gekannt hat. Du hast neulich geschrieben, mit der Arbeit vergeht dir die Zeit. Liebe Mari, mit dem Kino vergeht sie auch. Und viel angenehmer. Dadurch ist diese Kunst eine solche Neu-Woll-Tat für das werktätige Volk, dass er sie um die Arbeitslosigkeit versierst. Ich kaufe mir was zum Schlecken und setze mich hinein und suzle ganz gemütlich meine Zeltel. Derweil schaue ich diese großartige Kunst an. Du glaubst nicht, was man da alles sieht. Lauter schöne Romane. Und du brauchst nicht einmal zu lesen, sondern bloß schaugen und kannst dabei schnurlen. Vorgestern war ich in einem, da war ein Mord in einem Keller und es hat sich wegen einer Erbschaft gehandelt, die wo einer Megan hätte, der gar nicht der Betreffende war, sondern er hat den anderen in Amerika umbracht gehabt und ist mit seinem Papier als Erbe gekommen und war schon mitten in Reichtum und Geld und hat mit den schönsten Menschen Champagner getrunken. Da hat man sich gergert und es hat aber ein amerikanischer Detektiv aufgebracht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es aufgebracht hat, weil ein Matrosse neben mir gesessen ist, wo sehr frech war, aber ein sehr netter Mensch. Gestern war ein Lebensbild von einem armen Mädchen in das, wo sich ein Baron verliebt, der schon ein alterter Dettel ist und er hätte noch Kupizen auf das junge Mädchen. Wo vielleicht noch unschuldig war, aber der Sohn von diesem Baron ist auch von der Liebe ergriffen worden und hat seinen elenden Vater, wo er im Alter auf das junge Blut gedirstet hat, einen Stoß gegeben, dass er umgefallen ist und vom Schlagebetropfen tot war. Man hat ihn vor das Gericht gestellt und verurteilt und das Schafott war schon hergerichtet und halb habe ich bett, dass er gerettet wird und halb wäre ich doch neugierig gewesen, wie das Köpfen ist. Aber da hat sich wer gemeldet, der wo alles gesehen hat. Wer glaubst du, dass es war? Ein anderes Mensch von diesem Baron, der wo aber schon älter war und zu ihm hat schleichen wollen und hat hinter einem Vorhang alles gesehen, dass es bloß ein Stoß war und der Tod ist zufällig dazu gekommen. Da war er gerettet und hat sich geheiratet. Aber nicht die Elterne, wo ihn gerettet hat, sondern das junge Mädchen, wo er als Dienstbote angefangen hat und ist dann Baronin worden mit einem Geschloss. Sowas könnte man schon auch brauchen. Dem Matrossen, wo ich zufällig wieder tropfen habe, hat es auch sehr gut gefallen. Liebe Marie, komme bald und lasse dich nicht von diesen Bauern ausnützen. Wegen dem, dass die Zeit vergeht, brauchst du nicht mehr zum Arbeiten, denn jetzt haben wir diese Einrichtung, dass man im Kino gehen kann. Es ist immer ganz voll und oft geht man in zwei und in drei und was man da alles erlebt, ist schon was anderes als früher, wo man den Boden putzt hat und Teller gewaschen. Man schlägt die Süßigkeiten und es steht auch in der Zeitung, dass man dadurch das Volk bildet und aufklärt. Die alten Hutschen lassen wir in die Kirche gehen und die Jugend geht ins Kino. Es ist auch immer Musik dabei und oft eine Orgel, weil es traurig wird. Man lernt auch was, wie es auf der Welt zugeht und sieht, wie oft eine ihr Glück machen kann. Zum Beispiel dieses Dienstmädchen mit ihrem Baron. Man sieht nicht, dass eine arbeiten muss, sondern durch eine Erbschaft oder das große Los oder durch eine Liebschaft geht es viel schöner. Liebe Mare, sei gescheit und komme bald. Es grüßt dich, deine dreue Freundin, Babette Fröschl. BS So einen Matrosen kannst du auch leicht kriegen. Er ist aber nicht auf dem Meer gewesen, sondern in Haithausen und hat auf der Festwiese geschaukelt, wie noch der Kapitalismus war. interval, wie du auch sie mit ihnen war- die die das ist